Wie eigentlich fast immer No Happens Perfekt, natürlich Man will landen, man guckt auf den Berg, da sind 10 Leute und du denkst es Es geht bei den Schiefen, so denkst du 10 Leute an einem Platz da oben Nur wegen Quest Das ist schlimm Damit kann ich nicht spielen, wenn sie die ganze Zeit nach oben Das nervt zu mir Das nervt einfach Okay War ja klar, hier ist ja auch alles gelootet War ja klar Da ist ne Karte Ja wow, der fühlt zu Fatal Ich geh nicht durch Fatal Das ist ne Schatz, schon mal Geschichte Das ist auch nichts Ey, bitte Okay Ist jetzt ne Purschrotz Vielleicht wirds dich noch ändern Gucken wir mal Ist da nichts vor? Ich geheine Ich gehe nicht drüb Das ist ein neues Schraub. Das ist ein neues Schraub. Oh nein, das ist ein Schraub. Zeig dich doch! Geh doch mal da runter, wo ich dich mal auch einmal sehen kann. Der jumpt da wie ein Hase, aber ich kann ihn ja nicht beim Springen so gut treffen. Logisch, ne? Das zeigt sich doch. Ja! Ja! Ich hab noch einen Camper. Mit der Revolver hab ich grad den Camper geworfen. Hey! Camper zeigt sich! Ich hab dich da hinten gerade eben gehört. Wo ist diese Panause? Okay, was eigentlich ein gutes Verschläger war. Ich hab dich doch gerade eben gehört mit der Revolver. Dass du dich gerade rausgezückt hast und mich abschließen wolltest. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass das da noch jemand war. Der, wo man recht nicht gehört hat, wie er seine Revolver rausgutzt hat. Komisch. Er hat glaub ich bemerkt, dass ich ihn bemerkt hab und dann ist er abgezischt. Ich weiß, dass ich ihn bemerkt hab. Für immer. st k hd hd ich muss da rein das ist vorher habe ich auch mit das war einfach jemanden weg gesteilt ich muss viel Spaß wünschen Kinderriegel die 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 Von hier sollte ich auf jeden Fall weg. Das sag ich euch. Von da muss ich auf jeden Fall weg. Ich hab die ganze Runde kein Schild. Ich lebe noch. Alter, mein Gott. Ist das schild? Ja. Ja, endlich. Ich hab bis zum 15. Platz. Keine Mies bekommen. Alles klar, Mann. Der hat mich hundert Prozent gesehen. Er war so dumm, mich nicht zu sehen. Gejoked. Ich hab's so gemacht. Ich hab's so gemacht. Ich geh einfach von der anderen Seite. Und dann hat er mit Absicht so gemacht, dass er da keine Wand platziert hat. Das hab ich schon bemerkt. Das war jetzt doch bei ihm. Und dann hab ich richtig geprankt. Ich hab's das mal an die Seite abgehackt und dann andersherum gegangen und glückgeheben. Das war so scheiße von mir, ne? Alter, muss das sein? Das war so dreckig, grade. Dieser Gegner war grad dreckig. Welcher dreckige Spaß macht so was. Jetzt. Ey, was wollt ihr von? mir sind alle so dreckig spielen so dreckig wie möglich ich bin zu gut mit diesen schalli ich benutze sie so oft ist aber zu kippen scheiß gar ja geil Ich kann hier runter. Früher wusste man ja gar nicht, dass da hinten eine Seilbahn ist. Ist eine Impulskanate. Ist eigentlich ganz einfach. Die Leute hier zu scypen. Ich treffe immer Sniper. Schuss. Sniper-Headshot. Mit diesem Schally-Sniper. Ich weiß, die ist für mich okay. S. Ich kann mal nicht. Ja, und bestimmt schon, was ich meine. Welcher kleine macht so einen Scheiß. Welcher Co. macht hier so eine Scheiße? Ey. Das ist alles sehr weit entfernt. Dafür habe ich auch Mr. Co. gelacht. Ich bin schon... Ich bin schon... Hey, Bro. Ich hasse den Kumpel noch. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik bei Bart Das war's. Das war's. Das Gute, da kommt echt ein Bohm. Das war's. 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 Das war's.